Ohohoho, no fronch! Aber ich würde sagen, wir gucken erst mal Shisha rauchen mit Sektglas. Wilde Idee auf jeden Fall. Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nikos. Das ist jetzt ein bisschen zu laut, glaube ich. Leutigens, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Eigentlich hieß es ja, wir laden alle zwei Tage ein Video hoch. Ich habe mal aufs Datum geschaut und habe gemerkt, aha, zwei Wochen schon wieder her. Habe ich wirklich gesagt, zwei Tage oder zwei Wochen? Oder zwei Monate? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu einem neuen Experimentvideo. Auf Shisha kannst du angelehnt. Und zwar dachte ich mir jetzt... Psch, Digga, wäre schön, wenn da alle zwei Wochen was kommen würde. ...als ich durch die Küche geschweift bin und meine Shisha-Sammlung in meinem Zimmer gesehen habe, die mittlerweile aus 45 Pfeifen besteht, und dann dachte ich mir, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, aus einem Sektglas eine Pfeife zu machen. So was habe ich auf jeden Fall... Wildige Idee auf jeden Fall. Ich sage mal so, Bowl-Volumen wäre auf jeden Fall auf einem neuen Level. Wackelig. Wackelig auch, ja. YouTube ist ja noch nicht gesehen. Wir testen das heute mal aus. Ich glaube, da kann einige schief, wie so weit es eine wackelige Eingelegenheit wird. Kennst du das? Ansonsten, wir da haben die jetzt schon mal ein bisschen einschalten. Warte mal, da war da Wasser drin. Sag nochmal. Da hatten die auch so eine Kioskpfeife. Hatten unten ein Kondom mit Wasser drin. Da musste einer das Kondom oben so halten. Dass der Wasserstand passt. Genau. Und von unten noch gehalten. Wild. Wilde Idee. Shisha-Raum mit Kondom. Und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet. Uri, wenn ihr die Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das so gerne mit dem Neubich nach oben. Oder vielleicht sogar mit dem Abo. Dann hilft mir bald die eine Million. Ihr wisst Bescheid. Einen guten Rauf euch. Und wir sehen uns gleich auf dem Balkon. Bis gleich. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt für den Pfeifen. Ja, allerdings. Willkommen zurück auf dem legendären Balkon. Und wir werden heute, wie vorhin schon erwähnt, wie gerade eben erwähnt, versuchen aus einem Sektglas eine Shisha zu basteln. Und ich hätte niemals gedacht, dass meine 25 Pfeifen, die sich jetzt in meinem Besitz befinden, diese Shisha nochmal in einem Video zu sehen wird. Oder besser gesagt, diese Shisha für ein Video hergenommen wird. Aber es ist keine geringere als unsere erste Teddy. Ja gut, mit dem kurzen Tauchrohr. Kannst ja fast nichts anderes nehmen. Ja, das bietet sich leider an. Wobei eine Aeon mit dem kurzen Tauchrohr wäre sehr knapp. Ja, aber das passt auch nicht in ein Sektglas. Nee. Also du hast so ein XXL, so ein Cocktailglas oder sowas. Kannst du vielleicht. Für 7 Euro, glaube ich, war es. Mit dieser Pfeife haben wir unser erstes Video gedreht, was die eine Million Klicks erreicht hat. Das war damals dieses 7 Euro Shisha, Vs 800 Euro Shisha Video. Und wir brauchen nicht die komplette Pfeife. Nein. Eine Million Klicks mit einem Shisha Video heutzutage. Als ich mitgekommen habe, war das von Farbflash. Diese Custom Belvedere damals hat auch über eine Million gekürt. Echt? Echt? Krass. Boah, 5, 6 Jahren. Heftig. Wir brauchen für dieses Experiment nur die Rauchsäule. Denn, ich habe mir überlegt, Steckpfeifen, Steckpfeifen würden sich gut anbieten. Bräuchte man vielleicht was größeres. Jetzt hier aber bietet sich das doch komplett perfekt an, wenn man hier einfach die Rauchsäule drauf tut. Aber es sitzt gut. Ich glaube nicht mal. Ich glaube, der Sitz ist einfach so drauf. Ich glaube, wir würden es einfach so drauf lassen und fertig. Aber es sieht schon verrückt aus. Ganz komisch. Sieht irgendwie geil aus von der Bowl. Findest du? Es gab mal so eine Cocktail Shisha, die hatten auch so Cocktailgleise und dann so einen Aufsatz oben drauf. Irgendwie finde ich es nicht übel. ... am Boden anstößt oder man das Glas komplett bis oben hin befüllen müsste. Einziges Problem, was wahrscheinlich sein wird, ist... Ich kolle Wasser im Schlauch des Übergrauens. Das und das, die wahrscheinlich direkt umkippen würde. Ja. Wenn du da jetzt einen Schlauch dranhängst, tschau. Das erinnert ein bisschen an diese Aventus Car. Kenn ich es nicht. Diese kleine Pfeife fürs Auto. Da hatte doch Collega glaube ich auch mal eine Pfeife in seiner Box drin, die man in den... Ne, das war... Wer war denn das nochmal? War Faribang. Die sah aus wie so ein Shaker. Ja genau, die konnte man ja perfekt in diese Autohaltung reinstellen. Casey Rebel war es, genau. Casey Rebel, genau. Wir kommen mal ein bisschen weiter. Klauch dann dran sein wird. Denke ich zieht der hier noch ein bisschen mit runter. Köpfchen, werden wir unseren Ocean 68 Kopf hernehmen. Denn falls das... Klar, man will ja einen kleinen kompakten Kopf nehmen. Was nimmt man dann den Ocean 68... Ja genau, für die kurze Session. Von der Kopf so groß wie alles andere. Ja. Muss ja auch nur 30 Gramm rein. Also sehr Tabak sparen. Von der Overpack. Ja mit Nikos Overpack. 40 Gramm. Wild. Wild. Der Kopf ist eh schon ein anschlag. Aber du hast ein bisschen mehr Weg. Ich hab aber nochmal zwei Stück von dem Kopf. Das heißt es würde ganz so weh tun wie eventuell bei einem anderen Kopf, den ich öfters in Gebrauch habe. Und der passt auch relativ gut drauf. Das ist echt direkt 5,5 cm höher. So dürfte das ganze dann aussehen. Fehlen nur noch unsere Kohle, unsere Köpfchen, unser fertig gebautes und der Schlauch. Und dann bin ich gespannt ob wir eventuell dann mit diesem Sektglas einen besseren Durchzug haben werden als damals noch mit dem alten Teddy Schlauch der da dran war. Und ich finde das macht auch ein bisschen mehr her als diese verranzte Teddy Bowl. Ist vielleicht eine nice Sache, eine nice Idee womit man rumspielen könnte. Für Events als kleiner Gag. Ich glaube mit Kopf ist jetzt so groß wie eine Breeze fast. Ja würde ich auch schätzen. Aber gut auf die Breeze muss dann halt auch noch der Kopf drauf. Ja. Oder zum mitnehmen. Ich meine ist ja easy ne. Also einfach so mitnehmen, schlauch in der anderen Hand. Gucken wir mal. Wir stellen das ganze jetzt ab. Wasser, Spuckschluckpaste rein. Können wir eigentlich mal gleich auffüllen. Und dann würde ich sagen machen wir uns die Kohle an. Wir füllen das Köpfchen mit Tabak und machen uns ein Köpfchen an. Und gucken ob ihr alles dicht macht mit dieser Rumidichtung. Von der Teddy Rauchsäule und ob das ganze läuft oder nicht. Deswegen, ich glaube ich blende euch einen Zeitraffer ein. Wir sehen uns gleich wieder. Oh wir sind ja hier oben drauf. ines boah. Ganz krass. cient ist war. Kleines overpack. Wie mehr Tabak als Wasser der 노aue Ganz ganz dezentes Overpack. Also echt so, ist mehr Tabak als Wasser. Wild, Alter. Ob das laufen würde, ich glaube, halt auch der Durchzug wird Rips ein, ne? Also A, wegen dem Overpack, aber vor allem wegen der kleinen... Ich glaube, das ist ein Schuss, ja. Ich hätte jetzt schon Angst, dass das umfällt. So, Köpfchen ist gebaut, Tisch habe ich noch gut, vollgelorsert mit Tabak. Jetzt fehlt mir noch die Kohle. Smokebox habe ich tatsächlich schon vor dem Video sauber gemacht. Die Filz sieht auch aus der Verpackung, ne? Und dann haben wir hier noch ein schönes... Oh Gott, dieser Overpass. Glas Shisha. Ich bin echt gespannt. Ich bin heiß drauf. Ob das Ganze vielleicht zu heiß ist oder nicht. Ich verstehe nicht, wieso Nico nicht langsam auch mal auf den Trip des Kaluts kommt. Hat der keinen? Der muss den noch mal ausprobieren. Vielleicht sind das auch noch die Amy-Verbindungen. Außerdem, ich glaube, warum Nico lieber den Z218-Aufsatz benutzt als ein Kalout ist. Übrigens, Kalout? Kalout. Kennst du schon, ne? Ja, aus den ganzen Cast-Folgen jedes Mal das Thema. Kalout, Kalout. Der wichtige Punkt ist, er raucht mit vier Kohlen. Ja, true. Da kriegst du direkt drei rein, im Kalout keine Chance. Hast du in Russland mal gesehen, da gibt es die vergrößerten HMDs. Echt? Das sind natürlich Fakes, aber das ist wieder ein paar aufgebaut. Echt? Aber so groß, dass du drei von Anfang an reinlegst. Krass, okay. Ja, das hat er halt hiermit auch, ne? Ich weiß, ob das Glas kaputt geht, weil es zu viel Hitze irgendwie abbekommt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich. Wir machen jetzt noch die Kohlen an. Und wir sehen uns jetzt gleich wieder mit den Kohlen. Bis gleich. So, unsere Kohle ist fertig. Zum Glück hält das Ding noch standen. Das ist noch nicht von mir gekippt. Das ist so angst. Das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist unser... Moin. Danke. Das war der Schlag, der Gong zum Köpfchen. Das einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist unser Schlauch. Und das macht mir auch am meisten Sorgen. Ich habe jetzt noch nicht die Kohlen auf dem Köpfchen oben drauf. Ich stecke erst den Schlauch an, nicht, dass das Ganze uns direkt umkippt. Und das macht mir Sorgen, denn der Schlauch ist halt wirklich so das Schwerste, was hier jetzt an unserer... Ob das überhaupt steht. ...weilbeziehen wird. Ganz, ganz viele Phenomen. Und da habe ich das echt schon... Ja, 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 schau mal her. Das ist halt malig, ne? Das Ganze kippt uns um. Lass mich mal jetzt noch mal... Weißt du, was ich damals mit der Teelishisha gemacht habe, als ich einen normalen Schlauch dran rauchen wollte. Ich habe die mit Panzer-Tape am Tisch festgeklebt, die Pfeife. Beste. Ich kann hier die Rauchsäule nehmen und mir vielleicht die Komi ein bisschen besser befestigen, um diesen... Big Shoutout auf jeden Fall. Sollen die Abis, äh, so geilen Ducktape. Einmal richtig reinbauen, damit das Ganze bombenfest sitzt. Naja, bombenfest, gell? Ich bin ja gespannt, was es wird, hey. Ob uns jetzt die Kohlen hier down gehen oder nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Nicht, dass es uns so ergeht, wie die... Beim Shish-Zember, als mir dann die Smokebox in meine... Teetasse reingefallen ist. Und ja, es kippt um, gell. Boah. Es kippt um. Ja, muss er halten. Also hier müsste man sich schon mal was überlegen. Dieser Sonnenstern hier, Alter. Maschallall. Guck mal, hier noch mit den Lens-Flares und so. Ganz wildes Ding. Aber ihm fehlt so im Hintergrund ein bisschen was. Ja, gut, er ist halt auf seinem Balkon. Weißt, was da fehlt? SWG-Dogu. Nikosan, nicht meine Idee. Irgendwie besser befestigt ist. Das heißt, eventuell ein Tape ausruhen, eventuell eine These aufgesählt, ist auch wieder die nächste Frage. Wir werden es jetzt festhalten mit der Hand. Mal gucken, ob ich dann hier so rankomme. Okay. Funktioniert. Ja, funktioniert. Kann ich mal sagen, lass es rauslegen. Ja, wieso, nee. Kohlen kommen ins Köpfchen rein. Vier Stück natürlich. Noch mal das Overpack hier begutachtet, mit der zwei Zentimeter Gap-Gefühl. Das ist ja der HMD ohne Noppen. Der ist ja unten komplett knapp. Ja, komplett nicht. Der hat diese ganz kleinen... Ja, aber... Ja, Noppen sind es nicht. Ja, aber... Drauf erst mal, die vierte oben drauf auf die drei Stück. Nice, live hat sich auch ein Plak umstellt. Sehr gut, sehr viel Spaß. Ich stelle mal hin, dass es ein bisschen die Hitze abbekommt. Dann drehen wir die Kohlen nochmal um. Und dann nehmen wir unseren ersten Zug. Smokebox anders schäbt drauf. Dann werden wir mal sehen, ob das hier alles dicht macht. Ob wir überhaupt einen Durchzug haben bei dem Overpack-Gefühl. Und ob das ganze Final-Liedern raucht, dann haben wir es endlich geschafft. Dann habt ihr lang genug gewartet in dem Video. Deswegen, gib mir eine Sekunde, bis das Köpfchen warm ist. Wir drehen das zusammen. Boah, Papi, das wäre mir too much, Digger. Und das zusammen aufs Köpfchen. So, das Köpfchen zwitschert schon vor sich hin, schön. Zwitschert dein Köpfchen noch? Vielleicht kann man es hören. Und tut mir leid, ich habe gerade gesehen, dass hier noch leicht die Sonne erreicht hat. Leicht. Ich hoffe, es stört nicht. Nee, es sieht geil aus. Die Sonne geht gleich runter hinterm Block. Für Bilder. Für Geld eben. Aber wir hatten heute ein sehr schönes... Wenn du das Bild hochladen würdest, würde jeder sagen, es ist doch fake. Ja. Guck mal, hier was für wunderschöne Lens-Flares, ey. Das ist echt krass. Richtig geil. Ja, ich hoffe, ihr habt, das werdet ihr heute auch noch genossen. Bei uns soll es am Freitag oder Samstag schon das erste Mal schneien. Ja, richtig crazy. Das wird jetzt schnell zuziehen, lieber. Hier nicht. Ich merke schon auch mal gucken, dass es ein bisschen kühler wird. Wir drehen jetzt hier mal die Kohlen um. Und wie gesagt, tut mir leid, die Sonne müsste eigentlich gleich weg sein. Ich hoffe, ihr stört euch nicht. Ich hoffe, ihr werdet trotzdem sehen, ob das Ganze hier einen Erfolg hat oder nicht. Ja. Boah, Bruder. Da muss ich los, ey. Raucht, wenn ich es anpuste, schon mehr als in der Shisha-Bar. No Fraud. Das wir hier mal ziehen. Und jetzt kommt es zum Showdown. Habt ihr schon abgestimmt, ob die Kohle umfliegt oder nicht. Ich hoffe, der Schlauch ist fest. Also solange er es festhält. Ich glaube, wir positionieren lieber mal den Sackglas noch ein bisschen weiter in die Mitte. Falls mir dann doch hier das Ganze down geht. Nicht, dass hier irgendwas noch zu schaden geht. Er wird es ja wohl festhalten, oder nicht? Muss er ja. Oh Gott. Was mache ich mit euch hier alles auf diesem Kanal? Also. Kommen wir jetzt hierher. Boah, Digga. Diese eine Kohle gibt mir auch diese andere Anxiety hier. Ja, Mann. Wie heißt das auf Deutsch? Diese andere... Ungutes Gefühl. Diese andere ungutes Gefühl. Jetzt worst case. Kohle fällt runter. Aber er muss ja die Pfeife weiterhin festhalten. Oh, einfach auf den Arm. Okay. Er sitzt. Jetzt bloß nichts falsch machen. Oh mein Gott. Wenn ich mich konzentriere, ziehe ich wahrscheinlich noch mehr. Und jetzt nehmen wir den ersten Zug aus unserer Sackglas-Pfeife. Ich hoffe, man sieht sie. Digga, ich würde auch niemals denken, wenn ich einen Kopf auf Overpack bauen würde mit viel Kohlen so lange warten, Digga. Das wäre der Tod beim ersten Zug. Oh, babe. Ich hoffe, man sieht sie. Und dann nehmen wir jetzt den ersten Zug. Mal gucken, ob wir einen Durchzug haben werden. Der Durchzug bei der Tini-Shisha wird nicht so geil sein. Shish! Es blubbert unten. Oh, das ist ein bisschen der Barm im Halt. Aber direkt ist der Anzug, den du je gesehen hast. Ich habe jetzt Angst, wenn ich zufällig... Direkt ist der Anzug, den du je gesehen hast. Safe. Kleinstes Aufzug. Ich ziehe, dass eventuell Bastian in den Schlag rein kommt. Aber lass mal ein bisschen fester dran ziehen. Aber so hoch sprudelt es das ja gar nicht. Sieht gut aus. Das Ganze... Ne, Wasserstand sieht das hier aus. Würde ich mal sagen, raucht schon fast wie ich sehe euch nicht mehr. Man sieht auch, die ersten Molasentropfen kommen hier runter. in unseren Anführungszeichen Bowl von dem Sektglas. Also haben wir auch noch hier... Ihr seht schon, ich arbeite mit Defekten, ich arbeite mit Farbe. Ja, das ist absolut crazy. War krass auch, wie sich die Molasse da unten absetzt. Aber das waren jetzt drei Züge, zwei Züge und das war es dann gerippt. Unsere Sektglas-Shisha absolut gar nicht. Also das hier oben macht wirklich ordentlich dicht. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Also, no joke, hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Vor allem nicht mit dieser Billo-Teddy-Shisha-Dichtung hier. Hätte ich nicht gedacht. Was mich eventuell noch stört und da frau ich jetzt Angst, dass es ganz down geht, ist der Durchzug. Ich glaube, das liegt daran, weil wir, oh Gott, oh weia, weil wir im Overpacking rauchen, dass wir die Smokebox nochmal kurz besser... Siehst du, wie locker der Kopf ist? Wir wackeln die ganze Zeit. Wir müssen jetzt aber ganz vorsichtig nochmal einmal hochheben. Ah, heißer Fabrik auf meine Hand. Hochheben, kurz ein bisschen drehen, wieder runterlassen. Okay, 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 okay. Ganz andere Nervenkitzel beim Video drehen, dass das Ganze noch ein bisschen fester sitzt, ein bisschen sicherer ist. Da würde ich mal sagen, es ist echt eine entspannte Sache, so zu rauchen. Ach, der Kopf wackelt. Jetzt ziehen wir mal nochmal. Ah, der Farbverlauf unten, der Ball ist schon wild. Sieht irgendwie geil aus, ne? Als ob es Absicht wäre. Durchzug ist angenehmer. Ich merke aber schon, die ersten Tropfen Wasser sind in meinem Schlauch drin und für mich gibt es nix widerlicheres, außer vielleicht, wenn Molasse hochkocht in Smokebox. Aber für mich gibt es nix widerlicheres, wie wenn Wasser im Schlauch ist. Aber es funktioniert, Leute. Das Experiment war ein voller Erfolg. Man weiß, dass wir es ausprobiert haben. Würdest du sagen, das ist ein voller Erfolg? Also es funktioniert, aber... Also ganz ehrlich, dafür, dass er ein Sektglas als Bowl nimmt, würde ich sagen, das ist ein voller... Ja, also das wäre jetzt nicht mein neues Everyday-Setup. Da lässt sich nicht meckern, obwohl wir die Rauchsäule von der Tigi-Shisha hernehmen und obwohl die innen drin nicht den größten Durchmesser hat, lässt sich das echt entspannt rauchen. Ja, merkt man gar nicht, dass wir hier mit nur 7 Euro Rauchsäule rauchen. Wahrscheinlich noch billiger in der Produktion. Jetzt aber, bevor mir hier alles down geht... Ja, da hätte ich auch gerne... Lass mich mal kurz... Würde ich auch unternehmen. Aber auf jeden Fall, krass wilde Idee. Sehr, sehr nervenaufreibend umgesetzt auf jeden Fall. Aber mal wieder ein sehr nices Video von Nico. Feierlich allgemein, dass immer so innovative Sachen kommen. Also jetzt vor allem Swishy, aber auch, dass sowas ausprobiert wird. Das ist sehr nice. Schön ist es nicht! ver 2